Hey Julian, was hast du denn heute? Star Wars Star Wars? Guck hier Star Wars Oh stimmt Wow Heute habe ich alles Oh, die Mickey Maus hast du da drin Nein, das ist eh nicht nur, die Minnie Maus hat nicht alles Ich mach das auch 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 Oh je Ich mach Pupi Rauni Pizza 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 Ach Julian, jetzt ist die Mickey Maus Ich mach das kaput Hahaha Ich mach das nicht los Hahaha Gute Mickey war er leidom Hahaha 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 Huch 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 Pizza. Ich ziehe das auch. Was ist denn das? Ein Scherz-Set. So lieb. Du hast recht, dass ich ein Flummi. Ein Augenflummi. Was ist das? Vielleicht schmeißt man das auf den Boden. Ein Überraschungsei. Und der Scherz dabei ist. Vielleicht muss er so gut an. Wir können das im Kühlschrank verstecken. Wirklich? Ja klar. Geht da was? Ja morgen, wenn die Mama irgendwie da dran geht. Und ein Ei machen will. Okay. Geht das da auch? Wir müssen da vielleicht ein Schleif reinmachen. Hier, die Ei. Kann das runterfallen? Nein. Nein, nein, nein. Geht das Ei mal rein. Warum machst du das? Der kommt da auf meine Haare. Okay. Okay. Das Ei. Das ist das nächste. Das sieht hier sehr echt aus hier. Oder... 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 Weißt du was? Da kann es nicht hin. Da... Das ist ein Ei. Das ist ein Ei. Das ist ein Ei. Das ist ein Quatsch. So und darf ich die Banane auch nochmal haben? Das ist ein Ei. Oh jetzt ist der Flummi weg. Okay. Tritt. Oh je. Was war das? Alles runtergefahren. Das ist ein Ei. Na gib mir rein. Wow. Wurde das auch noch? Weiß ich nicht. Wow. Ja, in der neuen Mickey Maus, ne? Ja. Oh. Das war jetzt aber gar nicht. Ja.